Liebe Studienanfängerinnen und Studienanfänger unserer Studiengänge Informatik, Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik, Verwaltungsinformatik und Angewandte Informatik. Mein Name ist Thorsten Munkelt. Als Dekan, Chef der Fakultät Informatik und Mathematik, heiße ich Sie recht herzlich an der HTW Dresden willkommen. Sie haben sich richtig entschieden, bei uns Ihr Studium der Informatik aufzunehmen. Ihr Studium wird interessant und abwechslungsreich, Ihre Berufschancen stehen ausgezeichnet. Wichtig ist nur, und so lautet mein Aufruf an Sie, dass Sie auch tatsächlich studieren, also Ihre Lehrveranstaltungen wahrnehmen und mitarbeiten. Ich begrüße Sie heute nicht im Foyer unserer Hochschule, sondern im Industrial Internet of Things Testbed. In ihm können Sie Digitalisierung hautnah erleben. In ihm treiben wir und später auch und insbesondere Sie die Digitalisierung der Industrie und letztlich der gesamten Gesellschaft voran. Melden Sie sich doch mal zu einer Führung an. Im Rahmen der Erstsemestereinführung bieten Ihnen Ihre Studiendekaninnen und Dekane Führungen an und beantworten Ihnen all Ihre fachlichen und organisatorischen Fragen zum Studium. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Oder hören Sie sich wenigstens die Antworten Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen und unserer Antworten an. Hier sehen Sie das Dashboard unserer sich selbst organisierenden Produktion. Sie haben richtig gehört, wir planen unsere Produktion nicht mehr, sondern sie organisiert sich tatsächlich selbst und produziert so alle Produkte rechtzeitig und mit geringen Kosten. Selbstorganisation funktioniert übrigens nicht nur in der Produktion, sondern auf vielen Gebieten. Falls Sie also im Laufe Ihres Studiums mit uns zusammenarbeiten möchten oder jemanden kennen, der an Selbstorganisation interessiert ist, ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg und vor allem viel Spaß bei Ihrem Studium. Ihr Torsten Munkelt